es ist ja elektroniert und heute kommt part 3 wir versuchen uns von einem cent hochzutauschen ja das video habe ich eigentlich da noch gedreht wo ich noch wo die erste und zweite part war ja das ist auch der letzte part und das ist das video wollte ich eigentlich nicht mehr rausbringen weil es zu kurz ist aber für die 400 abonnenten special edition bringe ich das jetzt raus viel glück beim zuschauen heute versuchen wir von einem cent bis 100 euro kommt part 3 let's go also heute ist er mit dabei und wir haben gestern noch die augen packen für 1 euro verkauft weil wir gedacht haben ok 1 cent plus halt aber lohnt sich eh nicht ich hab die kalt bestätige tränke und jetzt fangen wir an wieder zu verkaufen und guckt euch die letzten parts an das haben wir letztes mal ausgekauft und wir haben noch 25 cent und 5 euro die wir noch haben und zum ersten mal hält aria diese box und ich bin diesmal kameramann angefangen haben uns hochgetauscht was habt ihr also wir haben mit einem cent angefangen haben uns hochgetauscht und haben uns dafür die witzigkeiten holen als wir uns hochgetauscht haben möchte ich das kaufen ich hab euch gar kein wahlgeld einschneiden ich will auch gar nichts dafür nein man alles gut das ist aber wirklich mehr habe ich leider nicht ok danke tschüss 50 cent leute wir haben so eine change angefangen mit einem cent haben uns gekauft 50 cent ich wollte kurz sagen warum wir jetzt nicht gezeigt haben wir ja das geld bekommen haben wir haben so vier euro gekriegt oder drei auch weiß nicht mehr ich wollte sagen dass die leute wollten halt die waren so ein bisschen nicht normal die haben uns geld gegeben aber ja ich wollte jetzt nicht jetzt hier im video zeigen ihr werdet euch immer aufwechseln mit der kiste ich hab letztens getragen die ganze zeit ihr wechselt euch ab plus 2 euro hier das bleibt abgekauft jetzt ein getränk weniger das war es mit dem video ja leider hat es nicht so gut geklappt die challenge hat geendet das bleibt umiert und tschau ihr wart auf den kanal im segeren ja 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 ja